Das ist nicht selbstverständlich. Wenigstens ist es so in meinem Leben. Und darum sage ich wirklich, ich meine das wirklich ganz ernst. Wir sind alle Großmars und ihr seid und das war Schneeball Trainer, egal wer was sagt oder so. Wir sind alle Großmars und alle wunderschön und einfach gezaubert. Wir glauben wirklich, meine Power Ladies, seid keine Wagengruppe, sorgt doch bei der Mutter. In diesem Sinne, Schneeball Trainer, Dankeschön. Ich liebe euch auch. Ich liebe euch auch. Ich schwöre, ich liebe euch die Hose. Aber wie gesagt, wir sind ein bisschen frecher als die Mädels. Und wir sind jetzt in diesem Zusammenhang. Und darum jetzt, letzte Wunder einmal die Männer. Wo sind die Männer? Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich liebe euch. Wir sind ganz trager, wir sind ganz trager, wir sind ganz trager. S sólo wirati in das. Warum? Ich liebe euch. Komm schon, einmal schatten wir noch, einmal schatten wir noch. Alle Hände bringst du, alle Hände bringst du. Komm schon, einmal schatten wir noch, einmal schatten wir noch.